so leute es gibt neuigkeiten habe ich gedacht ich nehme euch mal mit ins lager um euch das zu zeigen weil das sachen wo schon viele leute darauf warten vorbei einmal kürtisch lager noch mal ein paar andere leute mit drauf wir laufen rum kommen wir so richtung waren annahme und dann es ist was gekommen worauf viele leute warten einmal graube gunda von marcus schneider ganz frisch reingekommen ganz frisch ganz lecker ich habe selbst noch keine flasche aufgemacht aber eigentlich jedes jahr gut deswegen muss ja klappen was haben wir denn daneben noch so ich glaube ich hier rum dann auch ganz neu rosé sanier jahrgang 2020 und natürlich noch will auch wiederum nicht dass er schlecht wird chardonnay jahrgang 2020 also marcus schneider die neuen jahrgänge sind da jahrgang 2020 das ist immer ein gutes zeichen dass der frühling kommt viel zuverlässiger als alles andere was ihr sonst an zeichen kennt ist sind die neuen jahrgänge von marcus schneider wochenende soll ja schön werden das reicht aber nicht mehr ganz nächstes wochenende wird garantiert auch schön darüber daraus wochenende wird bestimmt auch schön deswegen würde ich vorschlagen jetzt das wochenende nutzen und bestellen und nächste woche die neuen jahrgänge von marcus schneider aus der falls probieren das macht auf jeden fall spaß also bis dahin ciao